Hallo zusammen! Heute gibt es wieder ein Mathe-Rätsel und genauer ein Geometrie-Rätsel. Ihr seht die Aufgabe schon eingeblendet. Die Frage ist nämlich, wie groß sind in dieser Abbildung alle roten Winkel zusammen? Heißt also nicht ein einzelner, sondern wie schon gesagt alle zusammen. Ich stelle dir gleich zwei Lösungswege vor. Du kannst ja mal kurz auf Pause drücken, dir das genauer angucken und überlegen, ob du hier auf eine Lösung kommst und wenn nicht, dann lässt du jetzt gleich hier nach weiterlaufen und vielleicht kommst du dann nachher mit den Tipps, die ich jetzt gleich dazu gebe, auf die Lösung. Also wenn du es selbst probieren willst, kurz auf Pause drücken. Jetzt geht es mit der Lösung weiter. Wenn du dachtest, dass du das Ganze hier irgendwie mit dem Pythagoras lösen kannst oder so, weil hier sind ganz viele rechte Winkel, bist du hier völlig auf dem Holzweg. Wir machen uns im ersten Lösungsansatz zunutze, dass das Ganze hier, dieses Gebilde, insgesamt sieben Ecken hat. Also ist es ein unregelmäßiges Siebeneck und jedes Siebeneck hat einen genauen Innenwinkel. Wie beim Dreieck, die Winkel im 180 Grad ergeben, beim 4 360 Grad und so weiter. So kann man es auch für das Siebeneck sagen. Allgemein bei einem N-Eck, also egal wie viele Ecken, hat man immer 180 Grad mal N-2. Das bedeutet beim Siebeneck, wir haben 180 Grad mal 7-2. Kürzen wir jetzt ein bisschen ab. 180 mal 7-2, also 180 Grad mal 5 und das ergibt 900 Grad. Alle Winkel, die hier eingezeichnet sind, zusammen ergeben 900 Grad. Wir wollen jetzt aber nur die roten. Das heißt, dass wir ja im Endeffekt nichts anderes machen müssen, als die grünen Winkel abzuziehen. Das heißt, von den 900 Grad wollen wir jetzt was abziehen. Die grünen Winkel sind alles rechte Winkel. Das bedeutet, wir können hier eigentlich total einfach jetzt einmal zählen, wie viele rechte Winkel wir hier haben. Und das sind hier insgesamt 6. Das heißt, wir ziehen 6 mal 90 Grad ab. Rechnen wir das einmal aus. Heißt, 900 Grad minus 6 mal 90. Und dann erhalten wir als Ergebnis 360 Grad. Das bedeutet also, dass die roten Winkel alle zusammen insgesamt 360 Grad ergeben. Und das war schon die Lösung. Also man musste eigentlich gar nicht so viel machen. Man musste nur einmal drauf kommen, dass man das Ganze hier als Siebeneck ansehen kann. Und dass ein Siebeneck eben insgesamt 900 Grad hat. Das war die erste mögliche Lösung. Wir gucken uns jetzt noch einmal die zweite Lösung an. Selbe Abbildung. Diesmal gucken wir uns die Dreiecke an. Jedes Dreieck, bei jedem Dreieck beträgt die Innenwinkelsumme 180 Grad. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Dreiecke. Das bedeutet, wir haben hier 5 mal 180 Grad. Und das ergibt 900 Grad. Der Einstieg hier ging jetzt über Dreiecke, nicht über dieses Siebeneck. Wir sehen aber sofort, die 900 Grad hatten wir eben auch schon. Das bedeutet, alle Dreiecke zusammen haben Innenwinkel von 900 Grad. Und bei allen Dreiecken zusammen haben wir wieder diese 6 rechten Winkel. Das heißt, wir können jetzt wieder genauso wie eben rechnen. 900 Grad minus 6 mal 90. Also 900 Grad minus 540 Grad. Und das ergibt 360 Grad. Das war es zu diesem Rätsel. Wie eben schon gesagt, es war eher die Denkaufgabe, darauf zu kommen, wie man hier ansetzen kann. Wenn man einmal einen Ansatz gefunden hat, ist das eigentlich total einfach auszurechnen. Da braucht man mathematisch nicht so viel rechnen. Ich hoffe, das kleine Rätsel hat dir gefallen. Und wir sehen uns bestimmt in einem der nächsten Videos wieder. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020